Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir arbeiten gerade auf Feldungro 2 und ernten Gerste und verbrannten wir zwei Fahrzeugen. Ansonsten werden wir noch nebenbei Grasballen aufsammeln. Und Grasballen pressen. Jetzt werden wir One Life starten. Gras ist nicht trocken. Kein Heu wird zu hell, sondern es ist komplett trocken. Dunkel ist Gras ist nur nass. Der sieht nur so schön trocken aus, aber er ist erntereif. Wenn man auf die Felder gehen würde bei normalen Früchten. Und hier noch ein paar. Ballen. Ich starte heute wieder neue Aufnahmesession. Hier muss ich auch noch pressen. Mal gucken, wo der andere ist. Müsste normalerweise in der Ecke sein. Genau. Dann fahren wir weiter rüber und entsprechend dem nächsten Ballen pressen. zusammen haben wir mehr als genug. Wir haben jetzt Herbstmitte. Geschwindigkeit 1. Ja, sonst werden wir einfach viel Arbeit. Auch mal die Ernte noch entsprechend rein muss, sonst wird einer wieder voll. Lkw fahren gleich mal los und holen ein paar Töntchen ab. Auch die Aussagen muss auch gemacht werden. Wenn man erst mal wieder anfängt mit der Aufnahme, dann heißt es hier Fahrzeuge in Gang bringen. In Schwung. Die anderen Felder machen mir Sorgen. Da ist man verdorrt. Vertrocknet. Der Rest ist, naja, gut. Wird heute nicht reif. Wenn überhaupt. Zum Winter. Mal schauen. Mal schauen, ob wir noch genug Ballen zur Verfügung stehen. Das sieht nachher aus. Keine Arbeit haben. Dann können wir morgen noch mal kleinere Graswelle kaufen. Und durch da. Oh Mann. Das ist auf den Lkw. Für Kurven fahren ist das nichts. Na gut mit. Dann ist es auch voll. Wäre es voll mit Lahnwehren. Na gut. Dann wäre es fertig. Noch eine Dolly besorgen für den zweiten Anhänger. Ein bisschen weniger fahren. Ja jetzt habe ich auch nichts drauf. Autodrive. Aber ich habe mich noch nicht mehr befasst. Keine Ahnung wie es funktioniert. Aber irgendwann. Wenn ich mal Lust und Laune habe. Ich werde es jetzt mal benutzen. Probieren. So. Dann wäre es ja nicht weiter. Dann wäre es ja so blöd hier. Das ist ja wirklich blöd. ich bin gespannt, da habe ich den Kurs wieder programmiert, wahrscheinlich was verkehrt gemacht, na gut, wirklich tragisch, so ein kleines Feld. Ich bin gespannt, da habe ich den Kurs eingeladen, da habe ich den Kurs eingeladen, dann machen wir den normalen helfer das ist auch wieder mein fehler gewesen ich darf ja nicht 5000 können wir gleich leer machen ob meine musik passt vom aufstecker hier oder von toll insgesamt kann es sein dass ich zu leise bin oder maschinen zu leise könnte ein bisschen lauter sein naja schauen wir mal was wir am besten hinkriegen jetzt hier da muss ich hinterher fahren links jetzt ein zuerst fahren sollen aber gut okay dann wird er hier aber wiederum ist er auch blöd in anführungszeichen oder dann wieder genau ein weg fährt oder auch nicht naja kann da nicht viel passieren ist ja so ein kleines feld weil muss ich mal schauen wer die rechnung annimmt welche bahnen annimmt woher kann sie nicht anscheinend weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht ach der ist voll jetzt wo er das sehe guckt die schrift das könnte aber die chance sein dass der andere vorbei fährt und dann vorweg das werden wir auch verlassen das Das kann man mit Maschinenbauter machen. Zurück, 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 machen wir aber lange dafür. Ja, dann machen wir das manuell. Lassen. Das Blittflug. Ich würde es mal vorweglassen. Einen ersten. Ne, also ertragst du hoch bei Gerste? Das ist jetzt auch nix. Okay. 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 Und dann reicht's. Reicht. Dann wollen wir auch drei ausmachen. Ne, das war der zweite. Oh, einfahren und los geht's. Das war's vent. Das war's. 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 Ne, da war's. Ja, sehr leise. Dann geht's mal. absturz tut es schwer ich will noch so takt darüber denn um wir haben so lang geht auch aber es ist schon wieder Feierabend so liebe Zuschauer das war es heute ich danke fürs reinschauen dann seid mal tschüss und winkel winkel tschau tschau flacemus morgen wieder tschüssi